Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe ein Problem. Wie macht man aus Ideen ein Gebäude für Menschen? Ihr denkt, es wird gut? Ich denke, es wird furchtbar. Jakob, die anderen Typen mit ihren komischen Frisuren, die schieben mich doch einfach irgendwann zur Seite. Ich schütt euch 20 Tonnen Sand auf eure scheiß Parkplätze. Dann könnt ihr eure Prospekte nachschieben. Mit deinem Talent und mit deinen Träumen. Du warst nie der Mann, der du sein wolltest. Der Alte rafft es einfach nicht. Wer hat es immer noch nicht gerafft? Eigentlich nicht jetzt rein. Guten Tag. Sie erinnern sich doch an mich. Das ist ewig her. Zehn. Zehn Jahre. Vaginal. Rural. Banal. Wir haben gewickt. Du Deißkerl! Na, eine Prinzessin ist sie. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin nicht krank. Ist das für mich? Ja. Wenigstens mit dem Zorn habe ich mein Versprechen gehalten. Michal? Na, irgendwas unter dir. Paraicker Reise! Zurück. Gen ü останов. Schrecken. Na, nur rauc�� dich hasta, inוחanzieren! Vielen Dank.